Nachdenkseiten Die kritische Website Kaya Kallas, eine Extremistin, soll nun die EU vertreten. Ein Kommentar von Tobias Riegel Sie fordert einen militärischen Sieg über Russland. Friedensgespräche bezeichnet sie als sinnlos. Sogar eine Aufteilung Russlands in kleinere Staaten hat die ehemalige Ministerpräsidentin Estland, Kaya Kallas, schon ins Spiel gebracht. Ausgerechnet sie soll nun die Chefdiplomatin der EU werden. Eine schlechte und gefährlichere Wahl lässt sich gar nicht ausdenken. Die ehemalige Ministerpräsidentin von Estland, Kaya Kallas, wird neue Außenbeauftragte der EU und tritt damit die Nachfolge von Josep Borrell als neue EU-Chefdiplomatin an. Der EU-Gipfel segnete bereits am Donnerstag das Spitzenpersonal der neuen EU-Kommission ab, wie Medien berichten. Neben EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen von den Christdemokraten und dem sozialdemokratischen Ex-Ministerpräsidenten Portugals, Antonio Costa, als neuem Vorsitzenden des EU-Rats, vertritt Kallas gemäß dem Parteienproporz bei den drei Spitzenjobs die Liberalen. Das neu gewählte Europäische Parlament, das im kommenden Monat erstmals zusammentritt, muss noch zustimmen. Das ist keine gute Nachricht. Mit Kallas soll nun ausgerechnet eine Politikerin die EU nach außen vertreten, die geradezu extremistische Einstellungen gegenüber Russland pflegt. Sehr gefährlich finde ich etwa ihre Forderungen nach einem militärischen Sieg über Russland, über den Medien berichtet haben, und die Feststellung, dass Gespräche über Waffenstillstand etc. keinen Sinn machen würden. Allein mit dieser Position disqualifiziert sie sich für den neuen Job. Im Mai hatte sie gar die Idee in den Raum gestellt, Russland nach einem militärischen Sieg der Ukraine in kleinere Staaten aufzuteilen, wie Medien berichten. Das ist ein abwegiger, extremer und gefährlicher Vorschlag. Der Freitag schreibt in einem verlinkten Artikel, dass Kallas, die zeitweilig in den USA Jura studiert habe, zur Lieblingseuropäerin amerikanischer Hardliner avanciert sei. 2010 habe sie sich der Politik zugewandt und wurde Mitglied der wirtschaftsliberalen Reformpartei, deren Vorsitzender bis 2004 ihr Vater Sim Kallas war. Als estnischer Regierungschef der energische Befürworter eines NATO-Beitritts. Als die Tochter 2014 ins EU-Parlament gewählt wurde, habe sie ihr Mandat weiterhin als Mitglied der Reformpartei übernommen. Seither finde sie auf europäischer Ebene Beachtung. Dies umso mehr, als sie Anfang 2021 dank des Regierungsauftrags von Präsidentin Kerstin Kalluleit zur ersten Premierministerin Estlands aufsteigen konnte, so der Artikel im Freitag. Außerdem hat Kallas gesagt, in einer Welt voller Gewalt wäre Pazifismus Selbstmord und laut Medien warnt sie eindringlich vor der politischen Gier Russlands. Darum ist sie laut Medien gegen Zugeständnisse an Wladimir Putin, denn ein Diktator versteht nur Stärke. Es gebe keinen schnelleren Weg, den Krieg zu beenden, so bedient sie außerdem Durchhalteparolen. Auch hat sie sich hinter die Forderung eines Ostwalls gegen Russland gestellt. Polen und die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland fordern laut Medien, dass die EU eine gemeinsam finanzierte Grenzschutzlinie an der östlichen Außengrenze Europas errichtet. Anfang 2024 ordnete Kallas die Demontage ehemaliger sowjetischer Denkmäler in Estland an. Daraufhin setzte Russland sie auf eine Fahndungsliste. Kallas betrachtet das laut Medien als Auszeichnung. Sie hat auch keine Berührungsängste mit dubiosen antirussischen Propagandisten, wie sie mit einer Grußbotschaft an die sogenannte NAFO gezeigt hat. Der kremlokritische Medusa-Journalist Kevin Rothrock schreibt laut Medien dazu auf Ex. Die estnische Ministerpräsidentin hat offenbar ein Video veröffentlicht, in dem sie die NAFO unterstützt und damit eine Online-Trollbewegung von meist anonymen Konten ermutigt, der nicht im ideologischen Gleichschritt ist. IGIT! Zitat Ende Genau das macht sie so gefährlich. Was sagen offizielle russische Stimmen zu der Ernennung von Kallas? Kreml-Sprecher Dimitri Pesko betonte laut RT, dass Kallas eine Geschichte feindseliger Äußerungen gegenüber Russland vorzuweisen habe. Kallas sei in Russland wohl bekannt für ihre absolut kompromisslosen und manchmal sogar tollwütig russlandfeindlichen Äußerungen, sagte Pesko am Freitag zu Journalisten. Mehrere russische Regierungsvertreter haben laut RT davor gewarnt, dass die Politik, für die Kallas steht, nur zu einer weiteren Eskalation führen wird. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Satorova, erklärte in dieser Woche, die Ernennung von Kallas werde das Niveau der Unvernunft erhöhen. Das Medium Lost in EU schreibt zu Kallas politischer Vergangenheit, dass die Politikerin in ihrer Heimat Estland nicht mehr wohlgelitten sei. So habe etwa eine Affäre um ihren zweiten Ehemann, der mit einem Logistikunternehmen Geschäfte mit ausgerechnet Russland gemacht habe, ihren Ruf geschädigt. Der Artikel stellt außerdem fest, Zitat, Die explodierenden Energiepreise und umstrittene Sparmaßnahmen, beides Folge ihrer unsozialen, liberalen Wirtschaftspolitik, haben das Vertrauen vieler Ästen zerstört. Im Mai zeigten sich in einer Umfrage nur 23% der Befragten zufrieden mit Kallas Arbeit. Bei der Europawahl landete ihre Reformpartei mit 17,9% abgeschlagen auf Platz 3. Höchste Zeit also, nach Brüssel zu wechseln, wo sie ihre liberalen Überzeugungen in die Tat umsetzen kann, ungestört von Meinungsumfragen und Wahlen. Genau das macht sie so gefährlich. Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.